Zu einer Feier hatte gestern das Technische Hilfswerk Münsingen eingeladen. Und trotz nicht allzu günstiger Witterung ließen sich viele den Spaß nicht nehmen. Bei zünftiger Musik saßen die Besucher zusammen, tranken Bier und aßen zu Mittag. Die Kinder konnten in dieser Zeit die Einsatzfahrzeuge des THW ein wenig unter die Lupe nehmen und testen, wie es sich anfühlt, hinter dem Steuer zu sitzen.